so das bedeutet mehr schaden für alle auf den kann ich keinen grabschlag anwenden nur auf den der schlag böse du musst jetzt langsam mal sterben du übrigens auch sag mal sterbt ihr nicht warum wollte ich sterben ach Lyra ist schon wieder dem tode nahm jetzt bringt den tod bevor Lyra stirbt das darf eigentlich wahr sein dass sie den nicht totkriegen auch gott sei dank Wie viele Wunden hat sie jetzt davon getragen? Wenn ich es richtig sehe, nur eine. Gott sei Dank. Also, das war jetzt wieder wirklich blöd gelaufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das hat aber nicht so richtig geklappt mit dem Feuer. Dafür hat das Beerdigen geklappt. So, ein Herzsucher auf den. Ein akkales Geschoss auf den. So. Gut, Lebenskraft beherschen. Plus eins. Wie nett. So. Jetzt müssen wir wieder vorsichtig vorwärts. Sorry, Cat. Du kennst dieses Sieg hier bereits. Oh, cool. Aber da ist Zeug zum Plündern. Ich könnte mich jetzt theoretisch ums Haupttor kümmern. Aber ich weiß nicht, ob ich damit nicht das ganze Lager alarmiere, weil bis jetzt ging es ja noch. Da oben, das sieht wie ein Gefangenenlager aus. Zwei Himmelsklingen, die dürften wir hinkriegen. Ich muss nur ordentlich buffen. So. Gut. Raureifstacheln. Raureifstacheln. Schwächen. Den da abfackeln. Okay, der erste ist weg. Hey, niemand hat das gesehen, oder? Der zweite ist auch weg weg. So. Mussten wir uns ja nicht mal richtig für anstrengen. Eine Schriftrolle, eine Tierhaut und etwas Blutmaus. Und... Wow. Du brauchst eine Großachsen auch noch, eine blaue. Oh, Elia hat sich zurückfallen lassen. Aber ich will erstmal nicht, dass wir hier da nach oben können. Ich will erstmal das Lager hier leer kriegen. Ich werde deinem Schatten sein. Du brauchst eine Wappengenosse, resolute Klinge, Himmelsklinge und noch eine Himmelsklinge. Also zwei Fernkämpfer, drei Nahkämpfer. Vor allem diese ziemlich, ziemlich starken. was war noch mal unsere Queste? Tagebuch. Bei dem Kontrollen über das ungebrochenen Lager. Greife das ungebrochenen Lager in der Ostschlucht an, so gehe ich das Gebiet und töte die dortigen ungebrochenen Soldaten. Mhm. Die, die mich auch langsam anfangen zu hassen. Wo sind sie denn? Da. Jo. Du hast in den Rostschluchten Elia und die ungebrochenen angegriffen. Und ich habe sie bedroht. Jo. Jo. Spielen wir wieder dieses Spiel, dass wir nur versuchen, die beiden da anzunocken. So. Gut. Ich bin auf. So, jetzt muss ich die nur noch hierher locken, bevor das alles ausläuft. Das ist dann das schwierige Teil. Komm, komm, komm. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen. Okay. Das hat knapp geklappt. Werbeck schwächt den. Du das auf den. Du das auf den. Au, ein Glühra kriegt ordentlich einen auf den Deckel. Wie mache ich das am besten? Weil diese resoluten Klingen machen, verdammt viel Schaden an Lohra. Du bist halt ne Himmelsklinge. kann ich euch nicht von hier oben mit Stingsen. Das wird fun. Doch. Okay. Ja. So ist besser. So. So ist besser. So. So ist besser. Jetzt müssen wir den da loswerden. Boah. Ne. Jetzt wo er da steht. Ah, ein Lühra, der muss echt viel einstecken gerade. Und ich muss wirklich da die Winde runterlassen. Boah, Berwick hat aber auch gut was einstecken müssen. Hm. Durchs Haupttor durchzubrechen, das ist wirklich so eine Sache. Ich könnte Unterstützung von Theodor und seinen Truppen brauchen. Also wir sind auch 4 zu 1 zu unterlegen. So, das hat mir jetzt nichts gebracht. Weil durch hier einen Hauptdruck komme ich immer noch nicht durch. Ich werde es für den Norden machen. so, kommen nur drei angerannt. Damit kann ich umgehen. Mhm. Es sind halt zwei resolute Klingen wieder. Das ist das Blöde. und eine Himmelsklinge. Ich bin auf. Ich muss mich weiter oben aufstellen. Definitiv. Weil die haben Lyrer da um die Ecke gehauen und das ist nicht so gut. Ich muss es irgendwie schaffen, dass ich nur eine Resolute Klinge gleichzeitig als Feind habe. zu. so. Untertitelung des ZDF, 2020